Grüß euch, ich bin's, du Wendanker und das ist heute der Tag 47 nach meinem langen Krankenstand. Und ja, mir geht's wieder gut. Jetzt haben wir noch unter Weißenbuch fast kein Schnee mehr und jetzt kann ich wieder ein wenig ausbauen. Vielleicht schnappt's ja die Woche nochmal. Dann vielleicht noch mal daheim. Ah, Scherz war das. Ich bin mit mir daheim, weil jetzt war ich so lange. Und ja, am Wochenende haben sie auch einmal oben mit dem Rettungshutfrau ins Spital. Aber dann geht's auch schon wieder ein bisschen besser. Und ich gefällt mir schon wieder, wenn's heimkommt, wenn's spiel. Und was gibt's bei euch so Neues? Habt ihr mal in einem Video gesehen, was ich am Freitag eigentlich da hab. Schaut euch an und dann bittet euch ein Feedback. Fürth euch!